In Deutschland haben rund 3,4 Millionen Unternehmen ihren Sitz. Mehrere hunderttausend davon suchen in den nächsten Jahren Nachfolger, haben aber nach dem Abschied der Babyboomer-Generation aus dem Berufsleben immer mehr Schwierigkeiten, sie zu finden. Was Unternehmer bereits jetzt dringend tun sollten, um später erfolgreich verkaufen zu können, darüber spreche ich mit dem Experten für Unternehmensnachfolge Thorsten Luber. Willkommen bei Wirtschaft TV. Herr Luber, warum ist es denn so schwer geworden, für Unternehmer Nachfolger zu finden? Ja, Herr Martin, Sie hatten das schon in Ihrer Moderation angeführt. Es gibt natürlich momentan die Generation der Babyboomer, die nicht nur als Angestellte in den Ruhestand gehen, sondern es sind auch Unternehmer, die den Generationenwechsel einleiten wollen und eben keine geeigneten jungen Nachfolger haben. Also ein Thema ist die Demografie. Das andere ist ein psychologisches Phänomen. Es gibt immer weniger junge Leute, die sich selbstständig machen wollen. Und die Übernahme eines Unternehmens, die Nachfolge, ist ja eine besondere Form der Gründung. Wenn wir uns heute Zahlen anschauen, es gibt immer weniger Gründer. Viele junge Leute zieht es in den öffentlichen Dienst. Also Demografie und Psychografie sind gleichermaßen Probleme, eine Nachfolger zu finden. Gibt es denn da Branchen, die besonders stark betroffen sind oder ist das nahezu gleich verteilt? Es ist nicht unbedingt gleich verteilt. Das Thema ist generell ein solches. Also das Problem besteht grundsätzlich in allen Branchen. Aber es sind Branchen, die ohnehin vom Fachkräftemangel betroffen sind und in denen auch gewisse Zulassungshürden als Unternehmer bestehen. Ich denke an das Handwerk, wo beispielsweise die Meisterpflicht besteht, sodass die Voraussetzung ist, einen Betrieb zu übernehmen, eben die Meistereigenschaft ist. Und es gibt immer weniger Leute, die das möchten. Das ist ja das Wichtige. Was soll denn überhaupt ein Unternehmensnachfolger, was muss er mitbringen, damit das Ganze auch wirklich passen kann? Gut, da sagen Sie jetzt schon mal als eine Qualifikation, eventuell Meisterbrief braucht er, aber auch vielleicht von der Persönlichkeit her? Ein Unternehmen zu übernehmen ist letztlich das neue Gründen. Das wird häufig dargestellt, auch in Medien oder von anderen Experten. Wenn man einen bestehenden Betrieb übernimmt, ist das Risiko des Scheiterns geringer. Denn die greifen auf bestehende Prozesse, bestehende Strukturen und bestehende Kundenbeziehungen zumit. Aber es gibt natürlich einen gewissen Kapitalbedarf. Ein Unternehmen, was läuft, was Erträge abwirft, wird man wohl kaum zum Nulltarif erwerben können. Deshalb ist eine Eigenschaft eine gewisse Risikobereitschaft. Anpacken und auch die Fähigkeit zu besitzen, Dinge voranzutreiben. Ist das denn überhaupt hinzukriegen? Also ein Startup kann ja wirklich erst mal von zu Hause aus beginnen, sagen, ich mache erst mal alles selbst, dann arbeite ich eben Tag und Nacht. Oder es muss ich allmählich nur rentieren, mal gucken, wann der Break-Even kommt. Das ist natürlich ganz anders. Da ist ja ein junger Gründer, Tobi, der geht zur Bank und der muss ja erst mal überzeugen, dass er dann auch das Geld bekommt, um ein Unternehmen übernehmen zu können. Ist das eine große Hürde? Ja, wir begleiten in unserem Unternehmen beide Seiten, sowohl die Gründungsseite als auch die Seite der Nachfolger. Sie sprechen die Finanzierungsthematik an, Herr Martin, das ist richtig. Es ist aber dennoch auch für Banken ein geringeres Risiko, einen bestehenden Betrieb zu finanzieren, als ein Unternehmen, was auf dem Reißbrett letztlich konzipiert wird. Und es gibt auch von der öffentlichen Hand, sprich von Ländern, vom Bund, von der KfW und von anderen Regionalbanken, öffentliche Fördermittel, denen es übernehmen, denen es Gründern ermöglicht, auch mit geringem Eigenkapitaleinsatz oder vielleicht sogar mit gar keinem Eigenkapital ein Unternehmen zu übernehmen. Ich habe das in meiner Beratungspraxis oft erlebt, dass junge Leute Anfang 30 Unternehmen übernommen haben mit einem Kapitalbedarf, der teilweise siebenstellig war, aber die hatten kein Eigenkapital. Aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Oh, das ist ja eine spannende Option. Ja. Okay. Weil die Vorteile liegen natürlich auf der Hand, sagen Sie gerade. Es gibt da schon installierte Prozesse, das Ganze läuft, es ist einigermaßen kalkulierbar. Auf der anderen Seite muss dann eben jemand auch das Kapital aufbringen. Aber wenn es das geht, also sogar Fördermöglichkeiten auch nur in Anführungsstrichen für eine Übernahme, das ist möglich? Das ist korrekt. Ja, oft macht es dann auch der Finanzierungsmix aus. Oft gibt auch der Altinhaber, dem Übernehmer eine Art Unternehmerdarlehen, dass der Fremdkapitalbedarf seitens der Banken eben nicht ganz so hoch ist. Aber ich kann nur die Message mitgeben an alle Interessierten. Es ist auch möglich, saubere Bonität, saubere Schufa vorausgesetzt, ein Unternehmen zu übernehmen, ohne einen großen Anteil von Eigenkapital. Das ist ja wirklich eine interessante Option. Wann sollten denn Unternehmer beginnen, eine Unternehmensnachfolge zu planen? Ab wann sollten sie darüber nachdenken oder strategisch berücksichtigen? Also ich weiß aus Erfahrung, dass viele Unternehmer dieses Thema auf die lange Bank schieben. Es gibt ja eine gewisse gesetzliche Grenze. Ich will das vielleicht mal kurz anführen. Der Gesetzgeber schafft Unternehmern die Möglichkeit, einmal in ihrem unternehmerischen Leben den Betrieb zu veräußern, zu einem sehr steuervergünstigten Satz. Und das geschieht ab 55. Also vor 55 zahlen sie eben letztlich die regulären Steuern und ab 55 ist es steuerermäßigt. Und da sieht man ja, dass auch der Gesetzgeber weiß, dass der Prozess der Unternehmensübergabe länger dauern kann. Stellen Sie sich vor, Herr Martin, das ist nicht wie bei einer Immobilie, man schaltet ein Interrat und innerhalb weniger Wochen ist das über die Bühne, sondern es ist ein langfristiger Prozess, der sich unter Umständen auch über drei, vier Jahre hinziehen kann. Deshalb, meine klare mäßig, ab Mitte 50 sollte sich die Unternehmerin, der Unternehmer mit der Nachfolge beschäftigen. Und auf welche Weise sollte das geschehen? Also man kann sich natürlich erstmal umhören, Bekannten, vielleicht auch Kundenkreis, Geschäftspartner, aber das ist jetzt dann ein bisschen mehr zufallsabhängig. Wenn jemand sagt, ich will da strategisch vorgehen, was macht er am besten? Das allererste, was man tun sollte, man sollte im Laufe der Zeit den Betrieb von der eigenen Person unabhängiger machen. Sie finden das Thema sehr häufig, das Phänomen sehr häufig, dass kleine oder auch mittlere Unternehmen sehr stark von der Person des Inhabers abhängig sind. Das ist ein Verkaufshindernis und senkt letztlich auch den Unternehmenswert. Also das wäre mein Tipp, dass man damit schon anfängt mit Mitte 40. Und dann ist es so, vielleicht können Sie sich das vorstellen, viele Unternehmer sind in operativer Hektik. Die sind im Tagesgeschäft gefangen und kennen sich mit dem Thema der Nachfolge ja überhaupt nicht aus. Das Thema ist komplex, ist langfristig und ich kann nur empfehlen, zu gegebener Zeit dann Experten zu Rate zu ziehen, Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, die diesen ganzen Prozess der Übergabe professionell begleiten. Sie erleben dann ja mehr diejenigen, die schon erkannt haben, dass sie vielleicht nicht alles selbst gestalten können, sondern dass es sinnvoll ist, sich einen Experten dazu zu holen. Erleben Sie auch manchmal, dass es Unternehmern schwerfällt, da was aus der Hand zu geben? Oh ja, also ich bin ja auch Unternehmer und natürlich gibt es bei uns auch Akquisitionsprozesse bei verschiedenen Projekten. Und mir fällt auf, dass die Erstanbahnung bis zur konkreten Beauftragung im Bereich der Nachfolge Monate, teilweise sogar Jahre dauert. Das liegt daran, weil man nicht loslassen kann. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, Herr Martin. Ich hatte vor einigen Wochen einen Kontakt zu einem Unternehmer aus dem Rheinland, 85 Jahre alt. Der rief mich an und sagte, Herr Luber, ich möchte jetzt meinen Betrieb verkaufen, helfen Sie mir bitte. Wir haben uns dann für eine Woche später verabredet und dann sagte mir der Unternehmer, wohlgemerkt 85 Jahre alt, Ich habe mich entschlossen, meinen Betrieb doch nicht zu verkaufen. Das finden Sie häufig, dass man einfach auch das eigene Ableben, die eigene Krankheit vor sich herschiebt und sich darüber keiner Gedanken macht. Also ein verantwortungsvoller Unternehmer geht proaktiv mit diesem Prozess um und vertraut auch frühzeitig auf Experten, die ihn dabei unterstützen können. Das gehört dann mit zum Unternehmertum, dass man das berücksichtigt. Ja. Also im schlimmsten Fall ist ja ganz kurz zum Schluss vielleicht, jemand findet keinen Nachfolger, dann muss das Unternehmen irgendwann schließen, obwohl es vielleicht erfolgreich lief? Absolut. Ich hatte so einen Fall gerade in diesem Jahr, da ging es um einen größeren Steinmetzbetrieb. Hier haben wir wieder das Thema Handwerk, es gibt auch kaum Steinmetze. Die beiden Unternehmer hatten keine Nachfolger, hatten einen gesucht seit drei Jahren, hatten aber keine Kraft mehr. Auch aus Altersgründen wollten sie eben den Betrieb dann veräußern. Und sie haben ja ganz klar gesagt, Herr Luber, wir versuchen das jetzt mit Ihnen, wenn wir niemanden finden, schließen wir. Was dann zum materiellen Verlust natürlich führt, nicht nur zum materiellen, sondern auch zum ideellen. Und gut, Ende gut, alles gut, wir haben einen gefunden, alles ist in trockenen Tüchern. Aber sowas kann passieren, dass man dann irgendwann einfach die Tür abschließt, ja. Vielen Dank, Thorsten Luber, für diese Einblicke. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.